bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala min la nabiya ba'da wa ba'd kommen wir heute zu iya ka na'abudu wa iya ka nasta'in dir allein dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe und das ist im Arabischen ein besonderer Aufbau denn es hat die allgemeine Bedeutung von dass es niemand Anbetungswürdigeren gibt außer Allah und dass niemand es verdient hat angebetet zu werden außer er Allah subhanahu wa ta'ala warum? weil sie sagen hier im Arabischen quddimail maf'ulu iyaq das heißt das sogenannte Pronomen dir wurde hier vorgestellt es heißt nicht na'abudu ka übersetzt dienen dir nein es heißt iya ka na'abudu das Pronomen wurde vor dem Verb na'abudu gestellt was darauf hinweist dass man niemanden anbetet und niemanden um Hilfe bittet das ist das Wichtige und Interessante hier in diesem Vers und das versteht man nur wenn man tatsächlich Arabisch gelernt beziehungsweise studiert hat diesen besonderen Satzaufbau diesen besonderen Satzaufbau versteht man nur wenn man diese koranische Sprache auch wirklich gelernt hat also wurde dieses Pronomen vorgestellt um darauf hinzuweisen dass nur er angebetet werden darf und es niemand anderes verdient hat li lihtimam sagt man auf Arabisch um die Wichtigkeit aufzuzeigen auch sagen sie dieses Iyak Pronomen wurde auch vorgestellt vor dem Verb um ihn darauf zu reduzieren oder um unsere Anbetung auf ihn zu reduzieren alleine also sagen sie hier li li ifadat alhasri alhasr heißt wirklich etwas zu reduzieren und zu begrenzen unsere Gottesdienste für ihn alleine also es zu spezialisieren diese Spezialität der Ibadah gehört nur ihm alleine und widmen wir nur ihm alleine und darin steckt dann die wahre Bedeutung von la ilaha illallah also ist dieser Vers iya ka na'abudu wa iya ka na'sta'in nichts anderes als der absolute Tawhid und hier haben wir zwei Verben nämlich die Ibadah und die Istianah das heißt anbeten tun wir nur ihn und Hilfe um Hilfe bitten tun wir nur ihn subhanahu wa ta'ala auch sprachen auch sprachen die gelehrten über das wiederholte iya ka es heißt iya ka na'abudu wa iya ka na'sta'in und das zweite sagen sie weist wie gesagt auf den Ihtimam hin Aufmerksamkeit Interesse Sorge um sich zu kümmern tatsächlich um seinen Tawhid iya ka na'abudu wa iya ka ich wiederhole dir oder dich alleine bitten wir um Hilfe und Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala hat dazu sein Buch Madarijus Salikin in dem er tatsächlich Al-Fatihah sehr ausführlich erklärt hat sagte er sinngemäß er gab ein Beispiel und sagt Zitat er sagt wenn du beispielsweise zu einem König sprichst und sagst iya ka uhibbu wa iya ka achafu das heißt dich alleine liebe ich und dich alleine fürchte ich er sagt da man das iya ka zweimal wiederholt ist oder steckt darin eine Spezifierung der Liebe und der Furcht vor dem König selbst und man widmet ihm volles Interesse hin das würde niemals der Fall sein wenn man sagen würde iya ka uhibbu wa achaf also 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 nur einmal iya ka zu erwähnen und darum geht es hier das doppelte erwähnen von iya ka also im deutschen dir oder dich es wiederholt zu machen ist einfach intensiver im ich habe Interesse an dir dich anzubeten oder hier das Beispiel mit er sagt zum König es würde anders von der Bedeutung rüberkommen wenn er nur einmal sagen würde iya ka uhibbu achaf nein das wiederholte iya ka hat einen ganz anderen Effekt auf den König wenn er hört dass er ihn zweimal mit dich oder dir erwähnt und genau das ist hier in unserem Vers iya ka na abudu wa iya ka na stein dann sprechen sie noch unbedingt erwähnenswert hier in dem Vers über eine Sache die nennt sich al iltifat im arabischen oder in der koran wissenschaft im tefsir iltifat sowas wie sich hinwenden oder hinwendung was ist damit gemeint in den ersten versen heißt es alhamdulillahi rabbil alamin da sprichst du ihn an als wäre er entfernt alles ob gebührt allah dem herren der welten dem barmherzigen maliki maliki yawmiddin herrscher könig am tag der auferstehung jetzt jetzt kommt pass auf hier die hinwendung zum direkten ansprechen voll allgemein zu iyakha dich und dir davor war die rede allgemein alles ob gewählt allah dem herren der welten dem herrscher auf einmal heißt es hier iyakha dich und dir es wird persönlicher sozusagen und er ist näher zu dir gekommen warum weil du ihn vorher gelobt hast mit diesen versen du hast ihn gelobt und das ist auch das erwünschenswerte bei der dua dass du ihn lobst 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 nun schenkt er dir gehör und ist dir nahe und jetzt sprichst du ihn direkt an jetzt heißt es auf einmal iyakha dich alleine und dir alleine das so viel subhanallah zu diesem kleinen wort iyakha dieses pronomen dir und dich na'abudu iyakha na'abudu die ibadah ist von der wurzel her also unterwürfischkeit und erniedrigung und daher stammt auch das wort al-abd wa minhu sumya al-abdu abda und von dieser wortwurzel oder buchstabenwurzel wird der abd abd genannt diena warum li dhillatihi weil er erniedrigt ist vor allah und unterwürfig ist vor ihm weil er vor ihm in ruhe steht und nicht unruhig und hibbelig und hin und her zappelnd nein er steht unterwürfig erniedrigend vor ihm demütig und befolgend dem was sein herr von ihm will also ein wahrer diener mach er macht mach nicht er macht nicht in einer anderen version heißt es der weg der muabbed ist schau mal hier stecken auch die buchstaben drin ein badal abd abd al ibadah was was heißt der weg der muabbed ist gemeint ist dieser weg ist so erniedrigt worden warum weil so viele drauf gelaufen sind bis sich eine spur entwickelt hat ihr kennt das in einer wüste oder in einem feld voller wiese wenn man einen weg mehrere jahrzehnte jahrhunderte geht entwickelt sich ein weg zwischen die zwei wiese in der wiese oder auf den steinen oder in der wüste oder auf dem boden warum weil so oft füße darüber gelaufen sind und diesen weg der so heftig erniedrigt wurde immer wieder drauf getreten wurde nennen sie tariq muabbed der weg der erniedrigt wurde oder in unterwüffigkeit gelegt wurde weil man ihn ständig zertrampelt hat also bedeutet dann dich alleine spezialisiere ich von allen anderen in absoluter unterwürfigkeit und absoluter erniedrigung während mein herz voller liebe ist und furcht ist und dich als gewaltigen erklärend das bedeutet ijaka na'budu ijaka oder wa ijaka nesta'in nesta'in das ist die ist die ist das ersuchen um hilfe mag sich einer fragen ja ist die ist die aner das suchen um hilfe nicht die ibadah die wir vorher schon erwähnt haben die allein dienen wir und dich allein bitten wir um hilfe ist hilfe suchen keine ibadah wir sagen doch aber auch das ist im arabischen bekannt und zwar nennt man das sinngemäß dass man etwas spezifisches erwähnt obwohl es schon zum allgemeinen wortlaut vorher gehört das kennen wir sehr oft im koran die engel kommen herab und der jibril ja ist denn jibril kein engel wir sagen doch aber er wird nochmal spezifisch hier erwähnt aufgrund seiner hohen stufe und genauso hier haben wir es in suratu al fatiha in diesem fünften vers hier ist die dienerschaft dazu gehört ohne zweifel auch suchen von hilfe aber da es so eine hohe stufe hat sich hilfesuchend zu Allah zu wenden erwähnt man es nochmal oder er erwähnt es nochmal spezifisch deswegen und hilfe ersuchen in allen zuständen in denen wir uns befinden und in allen angelegenheiten seien sie weltlich oder religiös zu jeder zeit zu jedem zustand wir vertrauen voll auf ihm alles gut zu erlangen und alles übel abzuwehren durch seine hilfe und wir sagen uns los von unserer kraft und unserer macht und wir wissen ganz genau dass die menschen uns nur helfen können wenn du es erlaubst also die wahre hilfe erbittet man von Allah subhanahu wa ta'ala dieser dann schickt dir die möglichen oder die nötigen menschen oder nötigen ressourcen die die dann tatsächlich im weltlichen dingen oder in religiösen dingen verhelfen zum beispiel du brauchst einen lehrer also bittest du Allah dir einen lehrer zu geben was passiert Allah macht es leicht für dich so bekommst du einen lehrer diese hilfe hast du von Allah ersucht und er hat es dir dann vereinfacht ich bin in seinem Buch Madari Jussalikin wie gesagt ist es das Buch in dem Asurat Al-Fatihah sehr ausführlich erklärte sagte hier gibt es eine Verbindung zwischen Al-Tawakkul das sich verlassen oder Vertrauen auf Allah und das Hilfe ersuchen was die Bedeutung von Al-Tawakkul und die sogenannte Istiana sagte es ist ein Zustand in dem sich das Herz befindet es entsteht dieser besondere Zustand aufgrund der Kenntnis über Allah wie versteht man das besser er sagt es ist was passieren wird wird passieren auch wenn die Menschen nicht wollen es wird passieren warum weil Allah es will und wenn Allah eine Sache nicht will wird sie auch nicht geschehen auch wenn die Menschen es wollen wenn der Diener das versteht sagt Ibn Al-Qayyim das aufgrund dieser kleinen Formel vorher passiert was es entsteht absolutes Vertrauen und Verlassen dann auf Allah das was zu f dann zu i j 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 Nächste Mal mit dem Vietamid Ihdina الصirat المستقيم هذا والله أعلم والحمd لله رب العالمين